ja hallo und willkommen in diesem video geht es um eine zuschauerfrage und zwar war da das problem dass man wenn man mit sie in etwas einliest und etwas falsches eingelesen hat wie man eigentlich erwartet hat wie man mit diesem ja mit dem fehler umgeht mit dem fehler umgeht und wie man entsprechend darauf reagieren kann und das zeige ich euch jetzt hier an der stelle ja fangen wir ganz klein an ich will jetzt zum beispiel ein short ein short zahl definieren und der benutzer soll mir halt eine zahl von typ short eingeben short ist nichts anderes wie short int das kann man short so schreiben oder man kann einfach short int rausschreiben das ist das gleiche bei short entsprechend wieder compile das int einfach ersetzen damit es nicht verwirrt mache ich es mal so ich mache natürlich eine ausgabe damit der benutzer überhaupt weiß was wir von ihm erwarten bitte zahl eingeben wenn wir jetzt was jenes einlesen dann passiert was folgendes das was wir nämlich eingeben landet direkt in der tat im tastatur puffer und beziehungsweise genau das hier ist praktisch was wir gerade zu sehen bekommen im tastatur puffer und wenn ich dann enter drücke wird das hier abgeschickt das tue ich mal indem ich nur was eine kleine zahl eingebe drückt enter und dann wird es abgesendet und das programm verarbeitet das das heißt diese zeile sie in ist erfolgt und dann geht das programm entsprechend der nächsten zeile weiter die zahl wie direkt ausgegeben und natürlich die ausgabe von system pause war schon ein endline hin damit das in der nächsten zeile erscheint ich erwarte einer zahl was passiert wenn ich jetzt ein buchstaben eingebe oder ein wort dann sehen wir hier meine vorher definierte zahl die ist auch nun geblieben und wurde nicht verändert das kann ich beweisen nehme ich jetzt eine andere zahl da rein schreibe manchmal sowas hier schreibe wieder ein wort oder ein buchstabe spielt keine rolle und ihr seht die zahl die ich definiert habe ist immer noch gleich geblieben dieser eingabe operator erwartet an dieser stelle nämlich ein short int und da er natürlich weiß was so ein typ zahl ist ein short int darum weiß er nun mal das entsprechen an dieser stelle ein datentyp short int erwartet beim einlesen und diese eingabe operator versucht alles aus dem eingabepuffer in zahl abzulegen was er entsprechend als short int definieren bzw behandeln kann das bedeutet also wenn ich jetzt irgendeinen unsinn eingebe wird die eingabe dieser eingabe operator entsprechend all das bis zum ersten vorkommen eines white spaces versuchen in zahl einzulesen das ist jetzt wichtig zu wissen white spaces sind leerzeichen das sind tabulatoren die diese codierung haben und entsprechend new line neue zeile was wir unser enter was wir drücken ist im prinzip diese codierung wir wissen dass jedes zeichen das wir eingeben über c in dahinter ein ascii wert steckt hinter dem a steckt ein ascii wert hinter der eins steckt ein ascii wert hinter dem leerzeichen steckt ein ascii wert und wenn ich das enter drücke auch das ist kodiert mit einem ascii wert und diesen backslash 0 backslash n das ist das hier wird als white space bezeichnet also lehrraum zeichen tabulator wird so kodiert und das entsprechend einfach die leerzeichen das leerzeichen an sich wenn eines dieser zeichen vorhanden ist oder das erste aufkommen eines dieser zeichen dass dieses stück wird genommen und versucht als in diese variabel reinzuschieben das ist die aufgabe dieses operators das heißt wenn ich jetzt irgendwas eingebe und enter drücke ist das mein erstes white space was hier in dieser folge erscheint dieses erste leerzeichen kommt von der ausgabe das hier der cursor blickt eine ein leerzeichen weiter das liegt daran dass ich in meiner ausgabe hier ein leerzeichen eingebaut habe um das bisschen zu trennen wenn ich jetzt hier was eingebe ohne leerzeichen und dann enter drücke wird praktisch mein enter als white als a slash n mitgeliefert und das ist mein erstes white space und all das bis zum ersten white space wird versucht über den operator hier einzuladen an der stelle hat das nicht geschafft und dann wird für sie in ein bit gesetzt ein diese ein und ausgabe streams die haben einen status beziehungsweise haben mehrere status bits die praktisch mitteilen beziehungsweise festhalten ob sie funktioniert haben oder ob ein fehler erschienen ist das heißt wenn ich jetzt auf diese bits zugreifen möchte mit ziehen punkt gut kann ich testen ob meine ziehen eingabe korrekt war diese funktion diese methode von ziehen dieses gut das prüft einfach mein sie ins dream das stelle ja standardmäßig mit das hat mit der tastatur verknüpft ist ob die eingabe korrekt war das heißt und zwar diese eingabe ziehen ist zuletzt hier bearbeitet worden beziehungsweise hier zuletzt verwendet worden das heißt das wird sich garantiert danach auf diese funktion auf diese ausgabe beziehen auf diese einlese zyklus beziehen das heißt der scene status wird dann entsprechend der letzten verwendung seine status bits bekommen wenn ich hier eine vernünftige zahl eingebe das mache ich gleich dann schreibe ich hier alles klar wie erwartet das heißt wenn meine eingabe korrekt war müsste ich diese ausgabe bekommen habe ich das fenster natürlich nicht geschlossen gehabt ich gebe jetzt eine zahl ein eine kleine zahl und dann bekomme ich die ausgabe alles klar wie erwartet weil sie in der hat hier an dieser stelle einen short also ein integer erwartet hat ihn auch bekommen der operator hat entsprechend dass die eingabe verarbeiten können und in zahl ablegen können und es hat funktioniert dementsprechend ziehen gut das ist der standard zustand von ziehen das heißt wenn ich die ausgabe nicht machen würde müsste ich eigentlich auch da reinkommen bitte zahl eingeben alles klar wie erwartet ich habe diesen ziehen einfach übersprungen habt ihr erst gar nicht gemacht wurde sie not geprüft das heißt sie in dieser stand mäßig beim programm immer bekannt und verfügbar vorausgesetzt wir haben diese zwei fehler eingebaut da hat sie natürlich immer den status gut wenn ein fehler auftritt dann wird ein bad bit gesetzt oder ein fail bit also es gibt noch ich tue mal hier die ganzen stati ausgeben sie in gut hat den wert das sind entsprechend nur einzelnen oder nullen das heißt dass diese prüfung ist nichts anderes wie wenn er wenn sie in funktioniert hat kriege ich eine 1 wenn fehler kriege ich eine 0 das ist mein ziehen gut dann gibt es natürlich noch ein bit das auf end of file prüft ob praktisch die eingabe ob es eine textdatei ist oder ob mein eingabepuffer in dem fall ob der leer ist wenn er leer ist ist natürlich dann entsprechend das end of file erreicht euf steht für end of file mit den zustand kriege ich durch sie in punkt i of 7.5 kriege ich den fehl wird der wird gesetzt wenn ich etwas unerwartetes beziehungsweise wenn 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 wir hier einen unerwarteten fehler haben zum beispiel will ich hier eine zahl eingeben der benutzer tut aber an buchstaben eingeben das ist ein unerwarteter fehler fehl wird wird dann gesetzt und dann gibt es noch den bad wie sehr bad bit ist dafür zuständig wenn die eingabe nicht funktioniert beispielsweise die tastatur plötzlich abgeklemmt wird oder das war ein blödes beispiel gehen wir davon aus wir wollen von einer textdatei einlesen und die ja die die textdatei die wurde gelöscht oder wir wollen einen keine ahnung das ist wie kann ich das am besten schreiben wir wollen zum beispiel ein eingabestream haben das gekoppelt ist mit unserem er weiß weiß ich mit unserem drucker oder mit einem scanner und der drei war hat das hat ein treiber gerade zerschossen und wir haben überhaupt keine verbindung zum scanner mehr und dann würde das sie in einfach an der stelle abbrechen und sagen hier ein fataler fehler ist entstanden und dann würden wir das programm beenden das wäre dann das absolute schlimmste was passieren kann ein fail wird kann man notfalls abfangen und sagen benutzer hier du hast einen blödsinn eingegeben sie ihn scheint zu funktionieren super glückwunsch aber du hast was falsches eingegeben nicht was ich erwartet habe bitte versuchst noch mal so in der regel diese fehl was sie dann haben wollen das heißt entweder haben wir sie in gut beziehungsweise wir haben nicht ziehen gut da können wir darauf reagieren oder wir prüfen einfach ein fail wird ich persönlich neige auf diese variation dann habe ich nämlich auch das bad abgedeckt das heißt wir haben ungleich gut wenn entweder fail oder bad gesetzt ist ich gebe mal diese zeilen einfach mal aus ich gebe mal was richtiges ein 5 und dann sehe ich jetzt ihn gut ist auf 1 end of virus in dem fall wohl fast eingegeben habe null klar logisch sie in fehl 0 und bad 0 und die zahl wieder ausgegeben ich gebe meinen buchstaben ein da sehen wir schon anderen zustands in gut ist null weil wir haben ziehen erwartet zahl ziehen zahl zahl ist aber vom typ von jot int ich habe einen buchstaben eingegeben dem menschen passt das nicht der operator sagt hier ich kann nicht diesen buchstaben in eine zahl überführen möchte ich nicht normalerweise geht das weil dahinter dem g ist ein ascii wert eigentlich kodiert und das ist ja eigentlich eine zahl aber der operator ist gott sagen so ordentlich dass er sagt ich könnte es eigentlich implizit casten aber ich mache es lieber nicht ich gehe von aus du erwartest hier wirklich eine zahl und buchstabe ist keine zahl also ich setze ich ein fail bit also für die die es jetzt nicht verstanden haben egal wichtig ist wir erwarten einen typ integer haben aber keinen typ integer eingegeben sondern einen buchstaben dementsprechend fällt gesetzt diese ausgabe erfolgt weil ich hier jetzt auf ungleich gut prüfe deswegen lasst euch da nicht verwirren das mache ich noch mal neu habe das jetzt ungleich wieder weg gemacht hier seht ihr sie ja ich habe diesen ungleich gut weg gemacht also es ist jetzt wirklich falsch was ich erwarte fail bit ist gesetzt also gut ist nicht das heißt diesen dieser ausgabe alles klar wie erwartet ist nicht erfolgt weil wir was blödes eingegeben haben und unsere zahl wurde nicht überschrieben dementsprechend das heißt dieser operator sorgt auch gleichzeitig dass die eingabe auch nicht durchgeführt wird so dass zudem das meiste problem ist wenn wir jetzt sagen okay kein problem ich mache hier raus durch die eingabe sie in und die ausgabe da mache ich eine schleife drumherum ich sage jetzt hör mal zu benutzer gebe so lange was ein bis wir so lange wie ungleich sie in gut sind gibt es bitte was ein oder so lange sie in fehl ist gibst du was ein ich versuche so lange das programm den benutzer das eingeben zu lassen bis er endlich was vernünftiges eingegeben hat für das aus drückt was vernünftiges sie in fehl ist natürlich müssen einmal mindestens reinspringen da mache ich eine dubai schleife draus ist eine kopf fuß gesteuerte schleife und die bleibt so lange drin wie ich fehl habe so genau das heißt ich muss mindestens einmal die eingabe gemacht haben um dann darauf reagieren zu können so ich habe jetzt eine eingabe 5 hat funktioniert die schleife ist verlassen einmal wurde es ausgeführt und danach sind wir in der schleife nicht hängen geblieben die hat gesagt sie in fehl so lange bleibe ich sie in fehl ist aber nicht gesetzt also fertig wenn ich jetzt ein buchstaben eingebe habe ich jetzt diesen blöden effekt man erwartet doch eigentlich dass wir wenn wir geprüft haben sie in fehl und wir haben ein fehl wir haben eben buchstaben eingeben statt eine zahl dann würde hier oben wieder anfangen macht er ja auch und würde eigentlich immer wieder neue zahl erwarten von uns wir haben nichts eingegeben und trotzdem läuft das programm weiter das ist halt das lästige es läuft und läuft und läuft und es erwartet von mir keine eingabe mehr ja das liegt daran dieser operator lässt alles was wir eingegeben haben im eingabe speicher also in der tastatur im tastaturpuffer liegen dass er nicht nehmen konnte also er versucht nur das zu nehmen und zahl abzulegen was er machen kann den rest lässt er einfach im ausgabe puffer eben im eingabe puffer liegen also im eingabe speicher liegen im nächsten zyklus versucht sie ihn wieder was einzulesen bevor aber der benutzer über was eingeben kann prüft er immer als erstes ob überhaupt im eingabe puffer noch was liegt falls ja kriegen wir gar nicht erst mal diesen ja diesen feature über das einzugeben das heißt er greift direkt auf den eingabe puffer zu und sagt ich nehme einfach das was da liegt und macht dann weiter wir haben da keine möglichkeit in diesem fall jetzt gerade überhaupt einzuschreiten das heißt wir müssen jedes mal dafür sorgen wenn der benutzer was falsches eingegeben hat müssen wir dafür sorgen dass wir den eingabepuffer leeren da gibt es mehrere ansätze und nicht alle funktionieren es gibt einmal die möglichkeit sie in sync mit diesem befehl synchronisieren wir unseren eingabe puffer mit unserer mit unserem sie in das bedeutet als nichts anderes hier dieser befehl leert den eingabe puffer und stellt ihn wieder auf den aktuellen zustand das heißt mit ziehen will ich was einlesen die tastatur ist wieder praktisch mit sie in verknüpft aktiv und der puffer ist geleert das heißt wir haben nicht mal den unangenehmen zustand dass sie ihn einfach versucht aus dem eingabe puffer was rauszunehmen weil der wird ja geleert mit sie sind wir haben trotzdem hier eine komische schleife ich habe ja eben mit syn was geleert warum funktioniert es jetzt nicht ich habe ja gesagt sie in sync leert den eingabe puffer das heißt eigentlich dürfte das hier nicht erfolgen ja blöderweise und das ist meist das verwirrende wir müssen erstmal dafür sorgen dass wir mit sie in punkt wir die ganzen fail bits die wir haben zurücksetzen wir müssen also den fehlerzustand von sie in beheben indem wir ziehen clear anwenden der macht nichts anderes wie die status bits diese hier wieder auf den gesunden anfangszustand als sie ihn gut zu setzen wenn wir da einen guten zustand haben können wir dann sagen sie ihn jetzt synchronisier mal leer dein puffer und dann bist du wieder voll auf in dem zustand wie wir waren wir zum ersten mal das programm ausgeführt haben wenn ich jetzt das programm ausführe buchstabe eingebe sehen wir wir haben einmal die ausgaben und dann bleiben in der while schlafe hängen und dürfen eine weitere zahl eingeben wir haben hier keine endloss schleife mehr wir haben die fail bit behoben haben wieder was falsch eingegeben und sehen fail wird es wieder gesetzt fail bit behoben eingabe erwartet fail wird gesetzt ausgegeben puffer geleert eingabe clear also dieser zustand wird immer gemacht und dann wird eine eingabe erfordert und hier bleiben gerade hängen und das ist es was wir wollen und das soll so lange geschehen bis der benutzer endlich was vernünftiges eingibt eine zahl und alles klar wie erwartet es gibt natürlich noch andere möglichkeit einen fehler zu erzeugen wir können natürlich einmal ja ich habe bewusst short genommen weil ich kann auch eine zahl eingeben das ja eigentlich eine zahl ist das ist eine dementsprechend ist es richtig aber es ist kein short es ist man sieht und das wird eher ein long sein und damit die gleiche prozedur diese lange zahl kann der compiler bzw der eingabeoperator nicht in einen short ablegen das ist viel zu lang wir würden hier einen überlauf bekommen dementsprechend sagt er kein problem kann ich nicht machen mache ich nicht fail mit setzen und gut ist neuer versuch ich gebe jetzt eine kurze zahl ein leer zeichen und den lange was meint was hier passiert alles klar wie erwartet 155 das haben wir der eingabe stream eingabeoperator zu verdanken der nimmt nämlich wie ich gesagt habe all das bis zum aufkommen des ersten white space und packt es in zahl rein das heißt all das bis zum ersten white space das ist hier nach der fünf ein leerzeichen das versucht er jetzt zu nehmen und in zahl abzulegen schafft der 155 passt in short int rein und der rest würde einfach ein eingabepuffer weiter liegen bleiben das liegt jetzt im eingabepuffer drin aber meine eigentliche prozedur hat funktioniert darum wäre es nicht verkehrt dass man wenn man was eingelesen hat und das einlese zyklus ist erfolgt und hat funktioniert dann sicherheitshalber lieber diese befehle noch mal durchzuführen damit garantiert hier dieser mist der rest mist praktisch entfernt wird aber darum braucht man sich dann zu kümmern wenn es wirklich dringend ist wenn wir gehen wir davon aus im weiteren verlauf des programms wieder übersehen was versuchen einzulesen das sagt hier sind zahl erfolg und jetzt sage ich sie auch super jetzt bitte ihr alter so und ich würde jetzt ein eine eingabe eine neue eingabe von benutzer erwarten alter ausnahmsweise definiere ich hier mal meine variabel normalerweise mache ich es oben so das heißt wir würden nach diesem zyklus praktisch jetzt erwarten dass der benutzer jetzt ein alter eingibt macht es mal weg hier mach wieder was kurzes leerzeichen was langes und wir sehen hier irgendwie das programm ist beendet ich habe natürlich vergessen auch alter auszugeben damit das sehen können aber er hat uns nicht nach dem alter gefragt er ist einfach weiter gesprungen normalerweise müssten wir hier hängen bleiben ja gut wie ich es eben gesagt habe die erste die erste eingabe nimmt das erste bis zum ersten white space und liegt es in zahl ab und der rest bleibt im eingabeprofer dementsprechend tut dieser hier gar nicht als eine eingabe erwarten der nimmt einfach das was im eingabeprofer noch drinnen liegt und verarbeitet das und jetzt sind wir plötzlich ihr alter 0 das liegt daran dass die zahl zu groß ist jetzt habe ich hier eine fehler erzeugt machen wir das hier und bis ein kleineres alter jetzt haben wir hier alter 2123 also der rest der im eingabeprofer liegt wird zum nächsten c in einfach verwendet das ist halt immer dieses lästige mit den streams ihr müsst euch vorstellen alles was ihr eingibt und enter drückt liegt in einem fluss ab und dann fangt ihr an das was im fluss in der reihe wie wir es eingegeben habt liegt es in der reihe in dieser selben reihenfolge drinnen und da würde mit dem fächer jetzt anfangen die einzelnen zeichen raus zu fischen der hier hat alles rausgefischt bis zum ersten white space und hat versucht das in zahl abzulegen das hat funktioniert dementsprechend sind wir diese schleife rausgesprungen die nächste eingabe hat versucht in dem fluss was noch liegt auch zu nehmen und das sind alte abzulegen hat er geschafft und hat entsprechend mein alter ausgegeben weil ich hier keine fehlerbehandlung habe hat er vorher eine null ausgegeben das zeige ich euch jetzt ich habe ja vorhin diesen fehler gemacht dass ich das eingegeben ab und irgendwas langes da haben wir die alter ist null das liegt daran dass diese zahl für die nächste eingabe einfach verwendet wurde weil die noch eingabeprofer drin war diese ewig lange zahl und da wie sie einfach für ein integer viel zu lang war wurde einfach der wert genommen den ich hier definiert habe mache ich jetzt mal sicher mache ich mal 99 draus und dann sehen wir das genauer das ist die erste eingabe das ist die zweite eingabe und wir sehen hier alter 99 diese lange zahl konnte also nicht genommen werden dementsprechend wurde nach der letzten ziehen eingabe vermutlich wieder ein fehl mit gesetzt das heißt ich könnte jetzt auch hier noch mal eine abfrage machen ob denn das wenn die eingabe vernünftig verlaufen ist oder ich sorge grundsätzlich nach jeder eingabe immer dafür dass entsprechend mein cn wieder gecleared und gesündet wird und die sache hat sich erledigt das heißt wenn ich sowas mache und sowas mache erwartet er trotzdem ein alter weil der rest einfach dann gelöscht wurde so das ist der eine ansatz mit sync da gibt es noch diesen ignore befehl der ist nur dafür da hier gebe ich eine zahl ein und zwar sage ich hier mit sie in ignore hör mal zu nimm bitte das erste zeichen nimm ein zeichen im eingabepuffer also das nächste zeichen was du einlesen könntest nimmst du eines davon und das verwirfst du einfach du ignorierst dass du löscht dass dem menschen könnte man jetzt hergehen und sagen einfach irgendwie sowas eine ewig lange zahl ich gebe was dummes ein und merke irgendwie was jetzt passiert ja das blöderweise bei mir ein effekt was bei mir passiert es gibt nämlich die möglichkeit zu bestimmen was ist die maximale puffer größe von sie in das könnte ich jetzt hier reinschreiben hier habe ich eine zu lange zahl reingeschrieben ich könnte sagen hier ignoriere bitte alles meine idee ist doch wenn ich etwas falsch eingegeben habe möchte ich alles was im eingabepuffer liegt ignorieren das heißt mit dem ignore könnte man es auch lösen hier könnte ich jetzt reinschreiben eine zahl das entsprechend meinem aktueller puffer größe entspricht da gibt es ein schlüsselwort das mir gerade jetzt nicht einfällt das entsprechen einfach nur ermittelt wie groß mein eingabespeicher so viele zeichen ignoriere ich einfach ob sie drin liegen oder nicht mehr egal ich ignoriere die das heißt mit ignore könntet ihr es auch lösen oder viele benutzen gerne dieses int max sagen hier ignoriere int max tut es eigentlich auch aber bei mir hier nicht weil bei mir ist nur einfach in visual studio wahrscheinlich einfach anders implementiert denn wenn ich sage ich nur in max beziehungsweise die andere angabe mit der max größe meine stream puffer sei es also stream puffer größe gibt es dann auch einen konstanten ausdruck der die größe bestimmt dann habe ich das problem dass er bei mir in einer endlos in einer ignore schleife praktisch hängt das heißt er ignoriert so lange bis ich die zeichen im puffer habe wie er sie ignorieren möchte das heißt das könnte ich jetzt ewig lang probieren aber es funktioniert bei mir diese variante einfach nicht es gibt auch einen anderen ansatz dass man hergeht und sagt hör mal zu gibt mir den speicher des puffers und guck mal nach wie viel zeichen im puffer noch liegen da gibt es auch möglichkeiten wenn diese möglichkeit zwingt bei uns diese was ich hier gezeigt habe nicht funktioniert dann könnt ihr euch bitte melden dann werde ich die anderen variationen zeigen aber in der regel kommt man damit sehr gut klar es gibt sicherlich kompiler die damit schwierigkeiten haben eclipse ist glaube ich so eine ja eine umgebung die gerne da bisschen streikt aber die idee ist dahinter wirklich wir klären wir setzen die status bits wieder auf gut und synchronisieren einfach den puffer neu und praktisch der puffer wird geleert und sie hat entsprechend erwartet dann wirklich eine neue eingabe das ist im prinzip wie man entsprechend auf falsche eingaben reagiert und reagieren sollte wenn es nicht funktioniert meldet euch dann werde ich die anderen zwei variationen noch mal zeigen ansonsten hier an der stelle viel spaß alles gute und danke fürs zuschauen